Möchten Sie wissen, welche Ihrer Mitarbeiter den besten Service bieten? Ihre Kunden können es Ihnen sagen. Neben dem Personal können Sie auch Feedback zu Produkten, Dienstleistungen oder Shops sammeln. Sie können hunderte von Dankeschöns sammeln, die Ihre Mitarbeiter motivieren werden. Oder erhalten Sie wertvolle Ideen und Anregungen, wie Sie Ihren Service verbessern können. Während positives Feedback für jedermann sichtbar ist, werden alle Vorschläge gesammelt und diskret zwischen Ihnen und Ihren Kunden besprochen. Moderne Analytik zeigt die Zeitspannen an, an denen das Feedback am besten und am schlechtesten ist. Oder sehen Sie, wie viel Zeit Ihr Manager braucht, um Kundenfeedback zu beantworten. Die Integration in Ihr CRM-System oder das Importieren aus Ihrer Kundendatenbank ermöglicht Ihnen automatisiertes Kundenfeedback nach Interaktion oder Kauf. Hunderte von Unternehmen aus Finanzwesen, Versicherungswirtschaft, Automotive, Einzelhandel, Hotels, Restaurants, Mobilfunk, Energieversorger, Dienstleister und sogar Bildungseinrichtungen, Gesundheitswesen, öffentliche Verkehrsmittel, Medien und Gemeinden nutzen Staffino, um die besten Mitarbeiter oder Dienstleistungen zu identifizieren, um Kundenexzellenz an jedem Ort zu vergleichen. Identifizieren Sie die Markenbotschafter unter Ihren Kunden. Never forget, Customer Care is King. Melden Sie sich noch heute an, legen Sie Profile Ihrer Mitarbeiter mit Fotos an und freuen Sie sich über die ersten Kundenfeedbacks via App oder Web. Staffino.